So, da kommen wir der Sache näher, und zwar haben die, glaube ich, die Straße so einigermaßen jetzt mal frei gemacht, oder wollen sie frei machen. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was ich erzählen soll, das ist auf jeden Fall das Intercity Hotel, das ist schon mal klar, das steht hier schon seit Ewigkeiten. So, da wäre dann die Berufsschule oder sowas, das ist, so, und die Straße ging mal früher, da rum, da runter, da ist jetzt im Moment Durchfahrt verboten, ist klar. So, das ist jetzt ein, das ist jetzt ein langes Video, würde ich sagen, dann ist die Betonpumpe wieder zu sehen, das weiße Ding in da. Dann geht es hier rum, so, da. So, hier ist mittlerweile die Einfahrt von dem Parkhaus, glaube ich. Es geht da rein, gut. Da hinten haben sie schon eine zweite aufgestellt, und das wird wohl ein Busbahnhof sein. Obwohl, der Busbahnhof, der wird wohl da sein, unten drunter oder so irgendwie, ein unterirdischer Busbahnhof oder was das sein soll. Also, naja, Beton wird auf jeden Fall geliefert. So. Da geht noch mal so lang. So, da hinten, wird auch, kann man das nachher holen, ja. Das geht. Na gut. Da hinten, kann man das nachher holen. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wie ich schon gesagt habe, wie das folgt. So, wie ich schon gesagt habe, wie ich schon gesagt habe, wie ich schon gesagt habe. So, wie ich schon gesagt habe. So, wie ich schon gesagt habe, wie ich schon gesagt habe. So, wie ich schon gesagt habe, wie ich schon gesagt habe, wie ich schon gesagt habe. So, wie ich schon gesagt habe, wie ich schon gesagt habe, wie ich schon gesagt habe. So, wie ich schon gesagt habe, wie ich schon gesagt habe.